So, willkommen zurück hier bei Minecraft. Ah, bluh. Möchte jemand mal meinen Job übernehmen? Nein. Möchte jemand zufällig meinen Job übernehmen? Mach mal die Helligkeit runter, dann verbraucht er aber nicht so viel. Äh, wieder. Äh, das muss ich drücken neben der Mitte oder was? Äh, das ist nicht so. Wenn der in der Zeit disconnected, ne? Ist dann nicht schlimm, der verliert. Ach ja, genau, das ist ja nicht mehr so. Oh, boah, ich dachte gerade, echt, da steht ein Skelett in der Tür. So, ich stehe da wieder in der Nacht. So, ich brenne dann jetzt Clay. Nö. Tatsächlich, Marcel, du hast recht. Was? Mit dem Ganzen rausnehmen. Boah, ich bin nicht gut. Ich hab recht. Ich hab recht. Nein. Mann. Ich hab jetzt die Hand verborgen. Ich bin ja wohl, dass es dunkel ist. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ey, ich bin nicht doch fertig. Ich bin nicht fies. Ah, ich hätte nur alles lang können. Aber... ...bogen. Aber wir haben zu wenig... Ja. Ja, ich weiß. Du hast es schon. An der Todesvieh. Hier, behalt mal schön deinen Dreck. Oh mein Gott. Wir können uns also im Endeffekt 32 Ziegel machen. Hm. Ja was, da verliert man ja. Weil aus vier... Äh, vier Ziegelsteinen kann man ja nur vier Dinger machen. Oh, ich muss mal was fressen. Ich hab vier Herzen verloren. Die ganze Nacht gefarmt. Dann müsste ich wirklich schon was Tiefes runterspringen. Guck mir mal meinen Armor-Zustand an. Mein Helm ist noch komplett in Ordnung. Die Brustplatte auch. Und die Stiefel haben ein bisschen verloren. Genau. Ich hab noch gar keinen Schaden gekriegt. Doch, aber die Ere, die beiden, die sieht man kaum, dass der was verloren hat. Oh mein Gott. Das sieht man eigentlich gar nicht, dass der irgendwas so lecker ist. Oh mein Gott, mir fehlt immer noch ein Herz. Ich hab, ich hab mein Gehntchen. Aber, nee, du darfst ja nicht mehr als ein Vater. Ich glaube, ich sterb tatsächlich als erstes. Außer jemand übernimmt meinen Job. Ja. Ja. Wäre ja alle so Pussis. Ja, nee, aber ich bin auch schlecht. Trotzdem seid ihr alle Pussis. Habt ihr zufällig noch Eisen? Ja. Eins ist in der Kiste. Ja, ich weiß. Ich geh jetzt auch mal meinen. Damit ich auch mal... Ah, nee, da muss ich ja die Spitzhacke mitnehmen. Ja, sehr intelligent. Ich mach mal einen dritten Ofen. Weil den zwei davon brennt gerade Dingens. Oh. Was passiert? Äh, die Wäste. Oh, ich hab ein Eisen. Ich hab ein Eisen. Boah. Na ja, theoretisch. Ich, also... Es wär mir schon sehr lieb, wenn ich ne Rose bekommen würde. Okay. Ja, dann muss ich aber fahren. Ich bin mehr fahren. Boah, ich bin so ein Fischkopp. Ich geh in die Mine und nehm keine Dingens mit. Ich nehm erstens keine Spitzsacke mit. Und zweitens nehm ich keine, äh, Dingens, keine Fackeln mit. So, liebe Kinder, die mir gerade zuschauen. Äh, ich muss mal kurz was nachgucken. Nämlich. Das ist denen egal, dass sie was nachguckst. Ah, ja. Aber die sehen das ja. Ja. Äh, ja, ich musste gerade gucken. Ich wollte eigentlich gucken, wie lang die Aufnahme da ist von die Letzte. Von die Letzte. Ich weiß, ich kann reden, Deutsch, gut. Haben eins gehabt, Schule in. Du hast eins gehabt, Schule in. Ja. Hat jemand irgendwas, was man verbrennen kann? Ach, da, gut. Äh, Dingens, Spitzsacke hat da. Es wird dunkel. So, ich begebe mich jetzt wieder in noch ein größeres Risiko, weil ich keine Fackeln mehr hab. Da steht ein Creeper in der Mine. Wo? In meiner Mine. In meiner Mine. Ja, ich bin doch der Top-Kämpfer. Der hat was gedrobt. Nein, ich bin doch der Top-Kämpfer. Nein, ich bin doch der Top-Kämpfer. 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 Nein, bau das nicht ab, Marcel. Das ist nur Verschwendung. Ja, aber ich muss da durch. Dann bau dich drunter oder drüber durch. Mann, 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 Mann. Das ist eine Steinspitze. Das ist eine Verschwendung. Mann, jetzt muss ich auch schon drüber durch. Das ist ein bisschen drüber. Das geht ja nicht. Alter, Johnny, ey. Ich hab Lapislazuli, ja. Dankt mir. Marcel, würdest du dir etwas ausmachen, wenn du mir meine... Ja, ich bin drei Kilometer von jedem Jahr wahrscheinlich. Ja, ich mein nur am nächsten Tag oder so. Weil ich hab keine Fackeln mehr. Also entweder Fackeln oder... Mann, ich bekomm hier in der Miele voll die Paras. Du musst das Materials zurück harmed. Hm. Johnny, sag mir bestimmt... Sag mir mal Bescheid, wenn es wieder Tag wird. Warum? Ist das deine W ellen im Jahr lang nicht? Sicher. Vielleicht. Du willst es dir ganz sicher sein? Hm. Weil... Wenn du... Wetstone, ja natürlich... Und dann. Ja, es habe mich deut niesst Tubas. Leck mich schon. Jetzt habe mich geötet. Hm. Keine Ahnung. Ja, natürlich noch mehr Lapislazuli. Ja, das brauche ich jetzt. Uh, Lapislazuli. Hey, Johnny, auf Spaß, Anna, Freude, boah, ich das Lapislazuli jetzt ab. Warte, eben noch den Rest holen. Ich habe die Ziegelsteine abgeschafft. Ich finde die nicht mehr. Ey, die sind in den Öfen? Ne, ich meine, zum Craft. Ich glaube, die kriegst du nur mit Stonecutter. Ah ja, kann sein. Ich nochmal eine. Stonecutter? Den gibt es nur in Minecraft.be. Ja, ich habe das gedacht. Ich habe zwei Redstone, aber die finde ich total. Wie macht man? Oh, vier Steine. Ja, vier Steine. Ich habe jetzt 49 Lapislazuli. Läppisches Lazuli. Du weißt doch, wo du einen Ofen machen wolltest, dann Stonecutter gemacht hast. Ach, das habe ich auch mal gemacht. Das habe ich sogar bei der Battle Season gemacht. Das war eine schon richtig schön. Das war nicht viel langweilig. Das war nicht viel langweilig. Das war nicht viel langweilig. Und bei mir ist es auch langweilig. Das war nicht viel langweilig. Ich kann nicht viel langweilig. Aber alle sind. Ah ne, back to game. Ja gut, dann kannst du mir eine Hose gleich mal. Ich mache da mal läppisches Lazuli. Wo ist denn läppisches Lazuli? Ja, läppisches Lazuli. Oh mein Gott. Geil. Ich konnte fünf läppisches Lazuli-Blöcke machen. So, und damit verschönere ich jetzt unser Haus. Und damit verschönere ich jetzt unser Haus. Ich musste einmal kurz die Tür wegtun. Ja, das muss ich auch jeden Tag die Tür wegtun. Das ist ja so einfach. Oh Gott. Abwechslung. Ah ne, falsche Kiste. Oh, ich höre irgendwo ein Skelett. Oh mein Gott, wie schlimm. Ist er. Ist wieder ein Einsatz für mich. Hey Johnny, mach mal noch eine Kiste. Hab ich. Achso, ja, okay, unten im Keller. Und ging mit dem Stonecutter? Okay, ich zähl mal auf, was ich sehe. Skelett, Creeper, Skelett greift mich an. Creeper greift gleich auch tot. Scheiße, ich hab dir nicht getroffen. Anstrengung pur, ne? Creeper, hallo. WTF? Der Pfeil ist vom Creeper abgeprallt. Von wegen Cool Rock. Da noch ein Skelett. Oh, der Creeper, der explodiert. Oh mein Gott. Ne. Die Spinne hat mich angehittet. Oh, Zombie. Ne, ich bin nicht tot. Der Arsch hat mich aber von hinten angefallen. Wie viele Herzen? Äh, drei hab ich verloren. Äh, Marcel, das ist wirklich klingt. Gut, dann kannst du mir gleich mal ein paar Pfeile machen. Oh mein Gott, das war ein Kampf. Es ist Tag, ich kann wieder was essen. Gut, oh mein Gott. Und, oh mein Gott. Damit beende ich die Aufnahme. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020